Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Call of Duty 2 und wir sind fast durch, juhu. So, ich weiß nicht wer ich bin, deshalb weiß ich jetzt auch nicht, wo ich hin muss, was er gerade gesagt hat und so weiter. Ich habe no idea. Ich schlaufe auf jeden Fall immer hinterher. Kann ich auch sprinten? Die machen so gute Bewegungen und ich mache gar keine Bewegungen. Das ist irgendwie bescheuert. F. Oh, scheiße. Da ist der Typ. Oh. Ja, das passiert. Ah. So. Naja, zumindest geht es einigermaßen. Aber ich muss sagen, meine Schießkünste in Mass Effect sind eindeutig besser. Ja, ah ja, ich spiele ja gerade Mass Effect durch. Oder eher gesagt Mass Effect 2. Und da habe ich mich halt auch als Sniper verworben. Oder ich spiele da den Sniper. Okay, erst mal. Oh, natürlich. Sehr gut ausgerüstet. Also, wir sind mal wieder best ausgerüstete Männer in der Welt. Komm, 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 komm. Ich spodiere. Wow. Also, ähm, ja. Wohin gehen wir jetzt als erstes? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen muss. Wie ich das Ganze... Um... Oh, nee. Haben wir überhaupt eine Granate? Wow. Haben wir sogar. Zieh. Oh, das ist unserer. Komm schon. Ich seh dich. Ich seh euch. Ich seh euch. noch immer noch immer vom Mass Effect im Kopf. Wow. Dass man mit Maustart die Waffen wechselt. Was ich jetzt natürlich die ganze Zeit mache. Was natürlich jetzt nicht besonders ist. Egal. Nachladen. Wieso laufen die immer einen in den Weg? So. Wir müssen irgendwie das ganze... Dings hier clearen. Wo haben wir denn noch? Scheiße. 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 Nachladen. Er braucht Hilfe. Er wurde getraut. Nachladen. Los geht's. Okay, ja. Wie gesagt. Schießkünste. Für den Arsch. Wir nehmen mal eben... Was haben wir denn hier alles so schön? Ich versuche dauernd mit Maustart meine Waffen zu wechseln. Was natürlich... Sehr... ...drift. Egal. Wir laufen weiter. Schön weiter. Schön weiter. Wir stecken uns so richtig. Ähm. Die sagen ich soll mal den Rauchgranaten benutzen. Ah. Den kann ich nicht abschießen. Ah. Ja, die. Ich kann den Wein abschießen. Wer es mal ein bisschen entscherpt. Wow. Ich weiß nicht genau. Wie man das machen soll, hier. Okay. Einmal bitte wechseln. So macht man das. Oh mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Nein. Tut mir leid, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das sonst machen soll. Ich verstecke mich jetzt hier hinter. Gehe in Deckung. Werf da ein paar Granaten rein. Gehe dann jetzt hier rein. Wow. Natürlich super. Hier Granaten raus zu werfen. Oh mein Gott. Ja. Wieder eine Badewanne. Woher schießt denn mich ab? Okay. Die sind alle nicht bei mir. Oder die sind alle bei mir. So. Boah. Gut. Ausgecleert. Was ist denn das da schönes? Boah. Boah. So. Nächstes Haus. Jetzt mal ein bisschen entscherpen. Und runter. Kommt raus. Kommt raus. 3, 3, 3, 4. Schön. Komm raus, verdammt. So. Ähm. Ja, Waffe wechseln. Ja! Und! Oh, gerade Ankel. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön.